Die Bühne. Zum Geigeüben der Vormittag und zum Konzertieren der Abend. Blau. Das ist sehr schwer, weil ich liebe alle Farben. Pastell bis ganz stark rot vielleicht. Regen, wenn es nicht zu kalt ist. Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag Algen aus dem Teich gefischt. Das ist nicht meine Linsplatte. Graumohn. Das Buch, das mir bisher am besten gefallen hat, war Dostoevsky Verbrechen und Strafe. Meine Jahreszeit ist der Sommer, meine Lieblingsjahreszeit. Ein Glas grüner Wildliner. Meine Brüder. Der Pumuckl.